herzlich willkommen zur 33 folge von prison architect und huch pascal macht ja immer was schief gelaufen und zwar wir hatten vor ein paar wochen tagen irgendwas ein live stream von prison architect mal gemacht wir hatten ein bisschen weiter gespielt wir hatten uns unter anderem auch undis geholt die man gerade nicht sieht weil nacht ist aber egal und wir kein licht reingebaut haben das erstes mal ja und wir haben es auch lange kämpft mehr gebracht unter anderem aus dem grund weil es mit möglichen probleme gab irgendwas ist mit dem spielstand nicht mehr richtig und irgendwie und was sie vielleicht auch mit personalität nicht ganz richtig auf jeden fall können wir nicht mehr richtig in den spielstand im multiplayer rein sollen also ich glaube ich glaube ich konnte bei dir nur noch in neu erstellten rein sollen oder irgendwie sowas aber die spielstand hier konnte niemand mehr rein schauen egal ob ich oder toby gehostet hat deswegen ja das funktionierte irgendwie nicht richtig deswegen machen das war ein taser deswegen machen wir das jetzt zukünftig so dass immer abwechslend ich eine folge aufnehmen und dann der toby eine folge aufnimmt und jetzt in der folge 33 schauen natürlich zu und kommentiert mit ist richtig genau redet dem dazwischen genau weil im live stream natürlich toby gestreamt hat bin ich jetzt dran mit diese folge aufnehmen so wie sieht es aus die beiden zellen blöcke hier wurden vollendet jetzt auch wir haben es der einteilung in zwei blöcke für niedrige leute da ist übrigens wasser in der einzelhaft zelle ausgelaufen dann haben wir hier für mittlere leute in den trakt und ich habe für hohe leute im trakt und wir hatten genau wir haben hier dass wir hier oben war ja die zelle für die schweren drin mit so sechs zellen oder so war ja so ein kleiner block drin und hier war die so erfüllte verpackte verwahrungszelle verwahrungszelle wo immer so drei milliarden leute drin waren und weil wir die jetzt nicht mehr haben haben sich leute jetzt alle hier aufgeteilt und ja das problem ist wir haben hohe sicherheits zu 65 sind so viele also wir haben pro heft ihr seht da kapazität niedriger kapazität 40 mittlere 40 hohe 40 und 25 hohe heftlinge haben keine zelle zugewiesen was ist denn das mit der einlieferung die so maximal kaputt ja also die steffens einlieferung wir haben immer was auf 100 nur gestellt keine ahnung das haben wir das haben wir auf 100 gestellte mittel nicht so überfüllt ist also ich würde es auch schon auf voll machen das hatten wir das hat einen grund dass wir das im live stream so gemacht haben ja aber ich weiß nicht mehr auswendig aber es hatte definitiv einen guten grund aber in dem wir uns keine neuen niedrigen und mittleren liefern lassen wer mal die hohe er trotzdem nicht los ich glaube ein paar konsequenzen verlassen bringt es auch nichts einfache konsequenz tun die hohen alle auf engsten raum zusammen pirschen in eine zelle so dass sie sich alle töten und wieder weniger ist schlecht für die rate das ist ganz schlecht wir können einfach warten bis man die entweder unterstufen oder bis hin lassen werden wir sind bei der untergute dauert es ein bisschen mit dem entlassen werden ja was auch blöd dass man nicht irgendwie sagen kann heftigen abgeben also was neu wenn man heftigen abgeben könnte da wurde den hammer gefunden den baum setzt link genau wir haben uns auch die sicherheitsschreife wie ausgebaut also wir haben in einer stunde in der einstunde leisten relativ viel geschafft ich empfehle euch das schaut euch das unbedingt an ist bis doch in der presseite playlist mit verlinkt sein ansonsten ist ja stimmt was wir mal keine ahnung muss doch mal schauen aber dem ich empfehlen das habt ihr einiges verpasst was mir gerade einfällt die umfassungsmauer die das dauert ja eine ganze weile bis sie gebaut ist ja habe ich glaube ich noch nach dem stream fertig bauen lassen genau also nicht wohl ein stream wird sie nur angefangen ich habe die dann noch fertig gebaut richtig also das jetzt eine umfassungsmauer haben unsere theorie ist dass man darunter vielleicht nicht durchbuddeln kann warum soll die sonst so ewig teuer sein dass wir eben keine ausbrüche mehr hier halt eben so haben können sondern nur noch dass die leute halt eben gut hier als auch die umfassungsmauer direkt dran also dass die leute sich vielleicht jetzt nur noch hier hin buddeln nur irgendwie nach hier raus buddeln können und dann hier irgendwie raus rennen oder so aber hier ist ja auch sicherheitsstreifen da laufen ja patrouillen dann fort das heißt damit sind höheres risiko dass wenn tatsächlich doch jemand ausbrechen sollte das natürlich auch gecatcht wird so ich würde trotzdem die ein sicherheit ist gut wieder auf maximal stellen und so können ich wieder geld da bin ich so geld kriegen wir werden cashflow von hundert von 52.000 jährigen die form sind wir haben gesagt wir kriegen wolken die trinken keine mittleren haben sind doch keinen sinn wir sollten alle nehmen dieser kirche ist das wir jetzt gemacht gemacht haben nämlich das ding ist wenn wir halt auch keinen platz haben für gefangenen transfer es gibt die gefangenen transfer typen das ding ist wenn wir halt auch keinen platz haben für die gefangenen transfer heißt das so für die neuen häftlinge nie nie für die für die unterstufung sollte halt auch keine zettel frei haben dann können wir die unterstufen er ist 120 häftlinge wenn wir eh nie haben und guck mal wer holen jetzt noch zwei niedrige und das ist ja deswegen passt das aber es ist halt wenn es ausgeglichen ist dann müssen wir gucken du kannst allgemein mal gucken wie es gerade aussieht ob du leute darunter stufen kannst ich vermute mal nicht die 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 kohonen leute die da gerade sämtliche einzelhaft zellen belegen waren dass wir dem unterstufen gefangenen transfer war es glaube ich oder so das war relativ weit oben ein lieferung arbeiten bedürfnisse tages okay hier steht es nicht okay also habe ich schon mal was das nicht funktioniert toll finanzen kann es vielleicht sein dass ich da irgendeine mod nicht drin habe und das vielleicht daran auch lag müssen sondern auseinandersetzen vielleicht habe ich diesen gefangenen transfer mod nicht drin es kann sein warum sollte ein ja so ready to transfer hast du eigentlich aktiviert das letzte mal gehabt ich meinte auch wie auch immer wir müssen noch mal ansehen nach der folge auf jeden fall auch hier aber überall das bild um strukturiert so dass jetzt die laster erst hier ausladen können und dann die leeren laster hier wird unsere exporte einladen können so dass das einfach effizienter läuft bevor hat nur die exporte hier oben und die ablieferung das heißt da muss immer extra lehre dann spotter kommen um halt eben hier das zurück abzuholen dann losfahren und daher sind auch mal gestaut und fort und das ist einfach viel effektiver indem wir dem erst hier ausladen letzten sind der wurde jetzt leer und jetzt nach vorne gefahren damit er den einholzblock rein bekommt und dann kann der abfahren somit brauchen wir viel weniger laster und guck mal wir haben keine ewig lange laster schlangen mehr es klappt das war gerade ein autosave so hier die angadiere die anhörung vorbereiten wird ja langsam morgen kann man schneller stellen würde ich sagen will ich gerade was hat man noch mal im live-stream überlegt was wir hier rein machen wollen weißt du das noch du möchtest was mit waffen kann man glaube ich naja das brauchen wir dann nicht mehr weil das haben wir alles hier unten schon ich meine irgendwas wort man da rein bauen ich weiß aber auch nicht mehr was du kannst es mal freilassen wenn ich noch irgendwas brauchen erneuerbare energie holt noch ausbauen genau dazu wort man ja du sieg dir das fenster oben links das sehe ich bei die ach weil ich das ja das mit der ganzen energie das haben wir hier erst mal aufgebaut mit windkraft und solarpanelen so ein paar der hausmeister die schweine erst für den mittleren trakt ich glaube so extrem auch nicht machen es ist ja nur einer doch und wenn jetzt irgendwie von bei den hohen möchte ich auch nur mal sicher gehen tut mir leid aber da müssen jetzt alle erst mal in ihrer zelle zurück so der ist jetzt bewusstlos der typ das ist überall ketchup soße unglaublich diese hohen das sind das ist jetzt schon wieder los so ich würde sagen wir sollten es vielleicht langsam mal daran setzen dass wir hier unten auf dem feld das sind palmer was unten das ist vielleicht mal daran setzt dass wir hier unten anfangen diese ganze das ganze energiezeug bauen weil wir wollen ja das energiegebäude hier irgendwann mal abreißen und wer vielleicht hier mit mal irgendwann irgendwo ein neues energiegebäude machen für das pumpwerk und das energiegebäude soll ja auch raus dass wir dann das gebäude hier irgendwie neu nutzen ja da auch schon wieder in einsatz war kannst du vielleicht mal gucken ob die hunde schon zugewiesen sind in den zellen wie viele wachen da auch allgemein zugewiesen sind und ich muss mal schauen doch bei einsatz war das hier sind normale polizisten zugewiesen aber hunde nicht hundeführer einer 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 würde ich sagen bei niedrigen würde ich keinen war passt so wenn wir auch einige hunde also wir hatten es haben es für den hunden im stream so so viele gebaut dass wir genügend haben hier für zu bringen es herumlaufen und auch eben noch welche haben hierfür die zellen blöcke deswegen glaube da hatten wir genügend und besorgt bei wachen denn die auch mal hier unten an ist ja schön bei gelohnt so gefahr 34 heftigen sind in einzelhaft oder in ihren zellen eingesperrt was ist mit dem typen hier los ich glaube wir brauchen mehr einzelhaft so nicht hier in das heftigen sind einzelhaft wir müssen irgendwas dagegen man es nicht so viel oder in ihren zellen eingesperrt ist unterschied 20 heftige wurden kürzlich grundlos durchsucht aber die arbeitsmoral ist hoch und vier heftige sagen sie werden gut behandelt jetzt eine person wurde kürzlich umgebracht ja shit happens 35 heftigen haben ernsthafte beschwerden naja ich habe auch gerade mal den spielstand geladen also bei mir wird das halt bei häftlinge ist wird das mit angezeigt normalerweise ja das mit dem transfer und das sind auch da wobei die die sind nicht ready die sind nur auf der warteliste ja okay auch beobachten machen wir das halt eben dann in deiner folge einfach so wohl gerade um das ist dann wieder geht wenn du mir dazu zählen gespürt schon steckt es sollte gleich 4 8 12 also 12 heftigen sich in einzelhaft keine ahnung wahrscheinlich wahrscheinlich sollen 35 heftigen 1 oder die erzählen eingesperrt es geht auch noch aber wir haben aktuell nur 12 heftigen 13 14 heftigen einzelhaft aber die 1 auf 10 reichen noch aus muss ich sagen gerade waren so voller dann gibt es keine armband das ist ja überall dreckig hier duschen die sehen die so doll aus kann dann mal fünf neue hausmeister einstellen geld haben wir ja im cash von 52.000 das ist einfach sinnlos muss man schauen da kann so mal hat schon ewig lang nicht mehr gespielt hausmeister für immer verdoppeln da aus was wir haben auch nur fünf hausmeister und was man auch noch mal machen könnte wir wollten jetzt dinge arbeiten kurzschrank wir können mal ein büro hinzufügen und da noch einen zweiten vorarbeiter einstellen da wir nicht genügend werkstattkurse machen können und da beziehungsweise der vorweiter hat keine zeit mehr hat wir könnten auf jeden fall noch ein büro bauen ich habe die zwei gerade das mit den büros hier ist eigentlich schon relativ voll und fort was hältst du damit über das gebäude mal neu bauen und dazu das vielleicht hier oder hier teilweise umlagern oder so und dann muss ich sagen und nicht weil ich finde das gibt es wirkt schon ein bisschen ja zusammen geschützt aus könnte hier die ecke auch noch so mit nur ziemlich schlecht ich finde ich finde ich finde ich gar nicht so schlecht ich finde das schon irgendwie schlecht da muss ich dann hier irgendwie noch so dazwischen das gebäude ist irgendwie so zusammen ich glaube ursprünglich was gebäude war nur das hier habe ich das gefühl glaube das war ursprünglich was gebäude dann kam auch eine kirche und waffenkammer dran dann hier noch die räume dann hier noch der raum denn hier kamen ganze solarparks zeugs dran ja also ich finde das schön wie ich das gebaut habe zum teil da du kannst ja du kannst einfach mal auf kopieren und dann die zwei büros einfach nehmen und die da in das alte verwahrungszelle gebäude dort einmal quer nach unten die auf die untere hälfte einfügen das sollte ja gehen bzw du kannst auch einfach einmal das zeugner einbauen ich würde allgemein sagen ja ich würde sagen wir machen das so wir machen hier einfach ein neues gebäude wo nur die büros reinkommen und wenn die büros hier raus sind dann können wir hier anfangen das gebäude hier umzubauen das passt nicht noch ein zwinges kleiner das gebäude noch mal erweitern ja und hier unten das ding soll ja auch noch weg also ja es soll auch noch weg das dauert aber noch dann müsstest du das die solaranlagen bauen war es ja eigentlich dass ich jetzt meine idee war jetzt dass ich eigentlich mit dem solarzeugs anfangen okay das klang nicht so okay das legen wir uns fest wir machen jetzt erstmal die erneuerbare energien so dass wir dieses gebäude und bis hier weg bekommen und uns eine neue lösung überlegen können wo das pumpkraftwerk hinkommt und die ganzen die ganze energie den ganzen strom die wir brauchen dann einfach von hier unten gewinnen dann ja da ist die frage machen wir wieder mehr bauen und sowas ja auch deswegen machen wir wieder mehrere stromkreise oder machen wir einfach einen ich würde einen großen stromkreis machen tatsächlich ok oder jedes umspannwerk hat ja ein stromkreis und jedes umspannwerk kann der glaube nur so und so viel glaube energie machen also müssen wir schauen ob wir mit einem stromkreis auskommt wir sollten einen anstreben aber wenn man den zwei brauchen brauchen wir den zwei stromkreisen dann gehen wir in die versorgungsansicht ja und da haben wir die hybride haben wir noch nicht ne wie kriegt man die weiß ich nicht genügend zeug bauen glaube ich vielleicht vielleicht ist auch in der forschung guck mal da oben aufgaben bei bürokratie war das ne ja oh hast du schon gefunden äh ne ich jetzt nicht was ist eigentlich bei wachtürme noch der zweite punkt den kann ich nicht lesen bei wachtürme das zweite nicht tödlicher scharfschürze ich glaube wachtürme ist noch nicht und scharfschürzen und sowas ja das ding ist an sich kann es auch schon mal recht ich weiß nicht warum wir recht weil dann können wir theoretisch auch einen anwalt hier nochmal einstellen wenn wir da zwei neue büros haben haftung für hinrichtung unschuldig zum tode verurteilt dauerhafte bestrafung kleine zellen alter ich glaube das sollte eher weniger machbar dann können wir ein richtiges foltergefängnis daraus machen ich glaube so dass wir guantanamo bay wollen wir hier nicht raus machen kann es einfach nochmal erweiterung mit reinnehmen kann man nutzen erweiterung erfolgt buchhalte möglich die nachbar grundstücke zu kaufen oh ja ich würde sagen fangen wir erst mal an dass wir hier in den solarpark bauen den windpark und dann vielleicht kommen später darauf weiter mit hybriden bauen und dann einfach die solar und windkraftwerk oder so und später noch ja ich weiß dass keine zelle noch austauschen würde die nicht mehr brauchen ja dann machen wir auch einfach mal so zwei jahrein oder so die halt nicht direkt verbunden sind sozusagen das heißt muss durch zwei blöcke abstand da ist die straße denkt raja noch hier so also hier so zwei reihen untereinander meinst du nebeneinander ja zwei abstand und dann die nächste reise dass man die zwar verbinden kann einfach mit kabel aber 5 6 7 8 4 8 9 10 das immer so in so block 20 solarzellen sind einfach ja kann man noch sagen jetzt benutze bitte copy tool machst das nicht alles noch mal wo ging das noch mal schnelles bauen schnelles bauen klonen oben links ganz gefängnis kopieren wenn sie dazu das klonen werkzeug aushalten sie die rechte maus dazu drückt und markieren sie okay so aber dann noch nichts ist kann ich noch nichts klonen tobi ja okay gut dann musst du kurz warten ich habe gerade nichts geklont auch nicht ich habe direkt geklont ja immerhin besser als nichts das ist immer noch welche rote hohe heftlinge ohne zellen aber gut das wissen wir ich würde sagen wir können mal die einlieferung von hohen auf null stellen ok so viele neue heftlinge eingeliefert aber schon weil so viel frei haben von denen mache ich mal allgemein einlieferung geschlossene siehst du ein schalter muss doch was dabei gedacht ja das glaubst du allgemein geschlossene ich überlege gerade diese lösung von der jetzt machen noch aber noch irgendwie zählen hier irgendwo in der ring sich hinbauen ich glaube es lohnt sich auch nicht für die roden die wir jetzt zu viel haben aber auf der anderen seite 15 25 die wir zu viel haben also so ein ganzer block hier haben wir zu viel an hohen heftlingen da wäre halt zu überlegen ob man einen der niedrige sicherheitsstufe auf freistellt und dafür einen der normalen auf bzw einen der niedrigen auf niedrig und mittel und einen der mittleren auf hoch kann man niedrig und mittel gleichzeitig einstellen ja du kannst du individuell okay nein niedrig am aktuell drei und zwei das heißt wir bräuchten ein zellenblock plus drei zellen für niedrig und normal bräuchten wir anderthalb zellen blöcke aktuell ne ich würde so lassen die hohen am pech gehabt okay wenn du meinst ja harte linie ich habe mal hier kartoffeln erwachsen sind die kartoffeln ist doch schön so da werden die solarzellen auch gebaut naja man ist ein stromkabel hin hier auch noch mal stromkabel hin dann sollten die ja jetzt wird dann verbunden sein so eine reihe und da wie hieß das ding was wir da brauchen ich habe keine sportmesser umspannwerk was glaubt man die elektrische strom der ich erneuerbare energie gewundert wurden geräte freundliche energie umrichtig so er wird jetzt aber nicht hier für jeden seins machen ja die kann man nicht richtig drehen das ist so links und rechts irgendwie drehen würde ich vielleicht hier ein hinbauen irgendwie so und dann einfach dass die anschließende jetzt müssen wir ganz kurz überlegen wo wollen wir die ersten kabel verlegen und zweitens welche stromkreise brauchen wollen wir machen ich würde einmal personal und personal und verwaltungsräume also die lagerräume et cetera dann einmal gefängnistrakte bzw bei der bei dem personal würde ich einfach die ganze obere die ganze rechte seite dort mitnehmen also auch noch alles hier ja genau auch durch die werkstatt also alles was aktuell grünes aus der zellen trakte und dann oben noch mal die küche die gemeinschaftsraum der die wasche wäscherei die gesundheit das zeug würde die drei würde ich machen da bin ich aber als allererstes auch wenn wir das ding jetzt erst mal hierhin so irgendwie stellen eine ewig lange stromleitung bauen dass wir erst mal die trakte anschließen weil hier wissen wir jetzt noch nicht wie wir das ding dann weiter umbauen wollen jetzt sind jetzt blöd immer dafür jetzt den strom halt eben bauten würden ich weiß dass ich das lassen werde ich werde es nicht lassen das weiß ich auch aus dem wird der bereich aktuell gerade durch das erneuerbare hier oben gespeist das ganze sagt ja außer außer das türkontrollsystem das nicht aber jetzt zuerst zuerst die zellen also erstmal jetzt werden die zähne umgebaut dass die also nicht umgebaut sondern kriegen die hat eben neuen strom das heißt es wäre sinnvoll wenn ich das ding wollen unter umfassungsmauern stromleitungen liegen ja du musst eins davor ja kann man dann würde ich aber hier noch abbrechen dass sie auch noch absprechen bei dann müssen wir auch ein zwei nach hinten setzen dann hier da runter muss es dann und dann stromkabel hier hoch und dann muss es auch da hingehen so dann brauche ich hier einmal so ein stromkabel hier dran und hier dran dann gucken wir mal wie das von der erzeugung her ausreicht und dann brauchen wir auf jeden fall noch batterien da schaue ich gerade wo die sind eins neben dem umspannwerk links ja die kann ich aber erst bauen wenn das ding fertig ist naja bestimmt ja dass wir auch die ganze energie hat eben speichern können von dem ding für nacht ja genau da sind die hybride natürlich besser weil in der nacht dann kann wenigstens dann noch der der strom von der windkraftanlage und wenn die zum spitz auch gar nicht funktioniert ihr seht es ja das minus dran und die funktioniert gar nicht weil den nacht ist keine sonne kommt dann kann man immer noch hier aus den batterien nutzen ihr seht das jetzt immer noch voll das bisschen reicht ja reicht vollkommen aus und das hier ist was soll ich glaube wir könnten das auch noch ein bisschen mehr anschließen also von nur das hier aber gut damit dass er hier abbauen wollen zwischendurch ist ähnlich schlimm deswegen ist erstmal hier auf die trakte fest also der plan für die nächsten folgen wir tun erstmal hier die trakte umbauen also den strobe die stromversorgung hat dem ende auch erneuerbare dann wäre das gebäude hier ein bisschen erweitern je nachdem was brauchen für die ganzen büros und dann wird hier unten dann kann das ding doch irgendwann mal weg wenn wir hier unten genügend erneuerbare energie haben und dann kann hier ein neuer gebäude komplex entstehen für die soll zum ausruhen sicherheitsraum waffenkammer und sowas hat eben so da wo sich die ganzen mitarbeiter von uns erholen können und die büros zum arbeiten dass sie eben hier entkommen außerdem werden zum spiel die heftlinge auch zum psychologen ins lab ins dingens müssen dann müssen ich erstmal hier durch den gesamten mitarbeitertrakt und durchlaufen oder die mitarbeiter nerven sollten die können einfach direkt hier in den bürokomplex eben gehen und das ist schlau da werden die ganzen büros noch ein bisschen zentraler angeordnet und hier aber noch ein bisschen mehr platz um halt eben für die mitarbeiter noch ein bisschen mehr platz zu geben und vielleicht können wir dann hier noch ein paar andere räume auch die mitarbeiter mit hinbauen wir müssen aber allgemein einfach mal schauen so aber dann würde ich sagen das war es dann auch von dieser folge danke mich recht herzlich fürs zusehen und hoffe dass ich auch die nächsten folgen wieder eingeschaltet wenn wir dann die ganzen pläne die wir uns jetzt gemacht haben auch umsetzen werden dann danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal tschüss